Wohin expandiert das Universum eigentlich? Ja, wohin expandiert das Universum? Also, es treibt auseinander. Es driftet weg, also voneinander weg. Im Universum driften die Punkte voneinander. Es expandiert in, ja, in was kann schon so ein Universum hinein expandieren? Entweder in ein anderes Universum oder in die Leere, also da, wo nix ist. Denn die Expansion, wenn sich etwas ausbreitet, dann verdrängt das Ausbreitende ja das, was da ist, wo es sich hinein ausbreitet. Kein normaler Mensch käme doch auf den Gedanken zu behaupten, dass das Universum expandiert. Woher wollen wir denn das wissen? Das ganze Universum. Ich meine, wer von uns kann denn schon irgendwas aussagen über das Gesamte? Hier jetzt zum Beispiel, hier in meinem Studio. Hier expandiert gar nix. Ja, es fällt mir schon mal was runter und so weiter. Aber ansonsten bleibt doch hier alles, wie es ist. Und wenn ich oben in den Himmel gucke, die Sterne bleiben auch da. Gut, mögen sich im Laufe des Jahres ein bisschen verändern. Die Sonne expandiert nicht, Gott sei Dank. Auch der Mond bleibt, wie er ist und so weiter. Also wo, bitteschön, kann ich denn messen, hier jetzt auf der Erde, dass irgendwas expandiert? Gibt's doch gar nicht. Und in der Tat, hier kann man's doch gar nicht messen. Wirklich. Kann man gar nicht. Also um mal eine Zahl zu nennen, nur mal für Spaß, dass man mal eine Ahnung hat. Die Expansion des Universums vollzieht sich mit einer Geschwindigkeit, das ist jetzt gemessen, wirklich gemessen, vollzieht sich mit einer Geschwindigkeit von 68 Kilometer pro Sekunde pro drei Millionen Lichtjahre. So. Das kann doch kein Mensch messen. Also schon mit normalen Messgeräten doch nicht. Also pro drei Millionen Lichtjahre, 68 Kilometer pro Sekunde. Wenn sich also etwas schneller bewegt als 68 Kilometer pro Sekunde, dann kann ich das überhaupt nicht unterscheiden von der Expansion. Dann, bis ich die Expansion erstmal rausfinden kann im Universum, bis ich sie messen kann, muss ich also ziemlich weit weg gehen. Nicht nur von der Erde oder der Sonne oder so, sondern von der Milchstraße. Ich muss ganz weit weg gehen von allem, was hier in der Nähe ist, weil lokal, wirklich wahr, lokal, also so heißt das, also örtlich. Örtlich ist die Schwerkraft, die die einzelnen Galaxien aufeinander ausüben. Andromeda zum Beispiel, unsere Nachbargalaxie, bewegt sich auf die Milchstraße zu. Die beiden makellanschen Wolken, für alle die, die schon mal unterhalb des Äquators waren, das sind diese komischen Nebelflecken am Himmel, die beiden makellanschen Wolken, die kleine und die große, das sind Satelliten, die sich um die Milchstraße herum bewegen. Und die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie werden verschmelzen in ferner Zukunft. Und trotzdem stimmt es. Das Universum breitet sich aus, obwohl diese beiden Galaxien miteinander verschmelzen. In der sogenannten lokalen Gruppe. Drauf gekommen ist natürlich, da kann ein normaler Mensch nicht kommen, sondern ein ehemaliger Rechtsanwalt und Boxer, der Astronom geworden ist. Der Hubble, so hieß er, Edwin Hubble, der wusste, dass in den Spektren der Galaxien, die sehr weit von uns entfernt sind, die Linien, also diese Emissionslinien, die von den Atomen eines bestimmten chemischen Elements abgegeben werden, dass die nicht da sind, also im Frequenzband, wo sie hier auf der Erde sind. Also es ist ja so, wenn man so einen Gaszylinder hat, da ist dann Gas drin, Sauerstoff oder Wasserstoff oder Stickstoff oder was, dann kann man genau messen, welche Art von Strahlung die Atome dieses Gases abgeben. Also das ist dann, hier ist da eine Linie und da ist da eine Linie und so weiter. Und das nennt man dann, das ist die Ruhefrequenz. Also wenn das Gas annähernd in Ruhe ist, sind die Teilchen natürlich nicht, aber im Mittel sind sie in Ruhe. So und jetzt hat der Hubble, der hat also geguckt, da wo er zum Beispiel Sauerstoff erwartet hat, da war es nicht. Da war die Linie einfach nicht. Also bei den entfernten, bei den weit entfernten Galaxien, die Linie, die er da erwartet hat, die war weiter bei den langen, großen Wellenlängen, also beim röteren. Also das rötere Licht hat ja eine größere Wellenlänge. Und dann hat er, das hat er festgestellt, dann hat er gemerkt, Mensch Meier, je weiter eine Galaxie von mir entfernt ist, umso mehr ins Rote verschoben ist diese Linie. Also immer weiter weg. Und dann kommt einem natürlich sofort dieser Effekt ins Hirn, Doppler-Effekt. Wenn sich eine Schallquelle von dir entfernt, dann wird der Ton tiefer, also wird die Wellenlängen größer und weiter. Und das ist ja bei der elektromagnetischen Strahlung genauso. Also wenn sich eine Quelle von uns entfernt, dann müsste das Licht röter werden. Aber wenn diejenigen, die am weitesten von uns entfernt sind, sich am schnellsten von uns entfernen, dann, was heißt denn das? Und da kam der mit dem Luftballon. Da hat er nämlich gedacht, also pass auf, wenn ich einen Luftballon habe und am Anfang, ich verteile da Punkte da drauf und dann blase ich den Luftballon auf, dann kann ich messen, dass die Punkte, die am weitesten voneinander entfernt sind am Anfang, sich am schnellsten voneinander entfernen. Warum? Na ja, die Geschwindigkeit geht wieder mit der Kugel. Und die Kugel geht mit dem Quadrat des Abstandes. Das heißt, diejenigen, die am weitesten von uns entfernt sind, bewegen sich von unserem schnellsten weg, wenn wir praktisch in einem expandierenden Etwas wären. Und so kam die Idee mit der Expansion. Das Schöne an der Vorstellung, das Universum würde sich ausbreiten, ist ja, dass es dann gestern kleiner war. Vorgestern war es dann noch kleiner und so weiter. Da kann man sich ja immer weiter zurückfragen, wie klein kann es denn gewesen sein? Also kann es mal so ganz klein gewesen sein, so ganz, ganz klein, klein, klein oder also das berühmte Klein-Kleinspiel, also kann es mal ganz klein gewesen sein? Ja, kann es. Und nur, um das mal zu sagen, das ist keine Erfindung im Sinne von, ach ich denke mir mal was aus, wie das Universum gewesen sein könnte, sondern zusammen mit den Entdeckungen von Hubble haben 1948 drei Kernphysiker, also Physiker, die sich mit Atomkernen beschäftigt haben, einfach nur mal folgenden Gedanken gehabt. Wenn das Universum also wirklich expandiert und gestern kleiner war, bis zu welcher Größe können wir denn sicher sein, dass wir die Physik noch verstehen? Und das waren Jungs, die an der Entwicklung der Atombombe mitgearbeitet haben und an der Kernspaltung radioaktiver Zerfall. Das heißt, die haben etwas getan, was für die Wissenschaft ganz, ganz, ganz wichtig ist. Nämlich zu behaupten, fundamentale Gesetze, die wir von der Erde kennen, gelten überall im Universum und vielleicht sogar für das ganze Universum. Man muss sich das mal überlegen. Kosmologie als die Frage nach dem Ganzen, nach allem, was da ist. Unter anderem auch nach der Frage, wo hinein sich denn ein Universum bewegt. Und dann haben die gesagt, Kernphysik kennen wir und können wir. Und wenn wir das anwenden auf das gesamte Universum, wenn also das Universum mal so groß war wie ein Atomkern, dann können wir ein Modell machen. Und das, das war das Urknallmodell. Und mit diesem Modell haben die Vorhersagen gemacht. Und diese Vorhersagen sind alle eingetreten. Und deswegen glauben wir heute, dass das tatsächlich alles nicht falsch ist. Ob es wahr ist, wissen wir nicht. Aber es ist so verdammt gut, nicht falsch. Dass uns also diejenigen, die mit der Beschäftigung, die sich damit beschäftigen, wie das Universum sich entwickelt hat, beziehungsweise wie es sich weiterentwickeln wird, davon ausgehen, dass das tatsächlich richtig ist. Dass das Universum also sich ausbreitet und zwar als Ganzes ausbreitet und nicht in irgendwas hinein. Und das finde ich schon mal toll. Dass man von dem ganz Kleinen auf das ganz Große schließen kann. Dass man das Allerkleinste mit dem Allergrößten verbinden kann. Das finde ich unter uns gesagt eine großartige intellektuelle Leistung. Nach dem Suez-Kanal, dem Panama-Kanal, dem Kanale Grande gibt es jetzt noch einen Youtube-Kanal, nämlich Terra X Natur und Geschichte mit Dirk Steffens und seinen Freunden. Wenn euch dieser Kanal hier gefällt, dann gefällt euch der bestimmt auch. Guckt euch mal an. Bis zum nächsten Mal.